Einige Skeptiker zweifeln die Existenz Gottes an, weil es Parasiten gibt. Parasiten. Ja, dieses Wort klingt zunächst einmal schlecht, denn wenn ein Parasit sich seinen Wirt sucht und von diesem Wirt klaut und diesem Wirt dann wohl noch Gifte einflößt, dann ist das doch böse und nicht mit einem liebenden Gott vereinbar. Naja, ein solches Argument mag oberflächlich gesehen vielleicht noch Sinn ergeben. Doch wenn man sich das Ganze erstmal ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, realisiert man einfach, wie dumm dieses Argument eigentlich ist. Vor allem, wenn man so tut, als wäre alles, das uns persönlich schlecht erscheint, auch tatsächlich schlecht. Am besten lässt sich dies wohl verdeutlichen anhand des Beispieles von Schmerz. Natürlich hat kein Mensch gerne Schmerzen, denn Schmerzen empfinden wir als unangenehm. Dennoch sind Schmerzen notwendig als Warnsignal, als Alarm dafür, dass in unserem Körper oder auf unserer Hautoberfläche, beispielsweise durch den Juckreiz, etwas schief läuft. Um einem Problem auf dem Grund gehen zu können, ja, was wäre da wohl am besten? Schmerzen. Denn diese Schmerzen weisen uns nicht nur auf ein Problem hin. Sie zwingen uns regelrecht dazu, so schnell wie möglich etwas gegen die Ursache des Schmerzes zu unternehmen. Das bedeutet, wir werden nicht nur darauf hingewiesen, dass in unserem Körper etwas falsch läuft. Wir werden auch gezwungen, schnellstmöglich etwas dagegen zu unternehmen. Das rettet uns vor Schäden durch diese Ursache und zeigt, warum Schmerzen da sind, um uns zu warnen und um Probleme so schnell wie möglich auszumerzen. Was ist jetzt sinnvoll an Parasiten? Wozu gibt es diese Viecher, könnte man sich fragen. Warum? Das macht doch alles überhaupt keinen Sinn und belastet eh nur, könnte man meinen. Doch wir werden noch sehen, dass alles und jeder seine Funktion im Ökosystem hat. Und dieser Kreislauf deutet dann auf die Existenz von jemandem hin, eines Gottes, der das Ganze sinnvoll geschaffen hat. Im 19. Jahrhundert nahm ein berühmter Harvard-Anatomie-Professor Dr. Leopold Zruvelo das Hobby auf, exotische Insekten zu studieren. Im Jahr 1868 entkamen eines Nachmittags einige Zigeunermotten, die er aus Europa erhalten hatte, aus seinem Heimatlabor. Unkontrolliert von Raubtieren oder Parasiten vermehrten sich die Motten zu pandemischen Ausmaßen. Innerhalb weniger Jahre wurden Laubwälder im gesamten Osten der Vereinigten Staaten entblößt, da die Motten in ihrem Larvenzustand jedes Blatt verzehrten. Als dies geschah, wurden nicht nur die Wälder verwüstet, sondern auch hunderte von Arten, die von diesen Wäldern abhängig waren, einschließlich der Zigeunermotten. Für einige Zeit war dies die einzig signifikante Kontrolle der Zigeunermottenpopulation und ihrer Auswirkungen die episodische Verschlechterung in Qualität und Quantität des Waldlaubs. Nach jeder Verwüstung würden die Wälder Jahrzehnte brauchen, um sich zu erholen und wenn sie es taten, würden sich die Motten wieder vermehren, was zu einem weiteren Zyklus weit verbreiteter Zerstörung führte. Was aber noch schlimmer ist, jeder Zyklus ergab einen zunehmend geschwächten Genpol für alle beteiligten Arten. Schließlich passten sich lokale Fleischfresser, vor allem Vögel und Mäuse an die neue Beuterquelle an. Epidemien wurden weniger katastrophal, waren aber immer noch sehr zerstörerisch. Eine Trendwende begann mit der Einführung eines Virus aus Europa, der nur Zigeunermotten befiel. Er beschleunigte den Zusammenbruch der Zigeunermottenpopulation, stoppte aber nicht die Epidemien. 1989 traf eine große Hilfe ein. Ein zweiter Parasit, ein Pilzpathogen, wurde in die Zigeunermotten eingeführt. Schließlich sahen Wissenschaftler, dass der Kreislauf der Epidemien durchbrochen und das Gleichgewicht wiederhergestellt werden kann. Sie fanden heraus, dass mehrere Raubtierarten und mindestens zwei verschiedene Parasitenarten sich von den Motten ernähren müssen, um Epidemien zu verhindern und sicherzustellen, dass die nordamerikanischen Wälder gesund genug bleiben, um hunderte verschiedener Arten, einschließlich Zigeunermotten, mit einer optimalen Lebensqualität zu erhalten. Wie diese Geschichte zeigt, verliert jeder ohne die richtigen Parasiten. Aber mit einer ausreichenden Anzahl und Vielfalt von Parasiten gedeihen alle Arten im Ökosystem, sogar die Arten, die die Parasiten angreifen. In diesem einen vereinfachen Fall, in dem die Forscher ein ziemlich vollständiges Verständnis der relevanten ökologischen Daten erlangten, erweist sich die Existenz von Parasiten eindeutig als kompatibel mit einem allliebenden, allmächtigen Schöpfer. Und während sich die Daten für komplexere Kreaturen als Motten und ihre Ökosysteme als weitaus komplizierter erweisen, könnte dieser einen Fall einen Skeptiker ermutigen, seine Position zu überdenken, bevor er Gott mit Schwäche oder Bosheit beschuldigt. Ja, warum sollte Gott also nun Parasiten erschaffen? Zecken und Moskitos dienen einem guten Zweck. Ja, und Gott entwarft Parasiten, um in bestimmten Ökosystemen eine entscheidende Rolle zu spielen. Im kanadischen Norden zum Beispiel recyceln Moskitos Kot und bieten eine wichtige Nahrungsquelle für Süßwasserfische. Es sind wir Menschen, nicht Gott, die Moskitos verbreiten, von der Besetzung von nur 10% der Kontinente auf heute über 95%. Auch von den mehr als 200 verschiedenen Mückenorten beißen nur 6 die Menschen. In der neuen Schöpfung, Offenbarung 21 bis 22, wird es auch keine Parasiten mehr geben. Das Böse, das Schlechte, all das wird nicht mehr möglich sein. Und die Gesetze dieser Natur, des Universums gelten nicht mehr, weil im himmlischen Jerusalem alles göttlich sein wird. Doch in dieser Welt sehen wir einen Kreislauf. Alles stabilisiert alles. Alles hängt mit allem zusammen. Alles ist mit allem verbunden und verschränkt. Und das zeigt auch Dinge, die uns zunächst sinnfrei erscheinen. Seien es Bakterien, seien es Viren, seien es Parasiten, seien es Raubtiere. All das dient dazu, die Ressourcen der Erde zu versorgen, das Ökosystem zu stabilisieren und die Erde zu einer habitablen Zone zu machen. Alles in allem sehen wir, wie gut unser Schöpfer gearbeitet hat.